Die sollen schlechter worden sein. Schlechter worden. So der Pyroblusion hat mir die großen Dumbum noch zum Film zur Verfügung gestellt. Ich würde mal sagen F3 Variante. Oh, ein Hund. Na klar. Wie viel Gramm NEM hatten die jetzt noch mal? Jetzt kannst du mir den Karton mal so lange noch geben, weil der Fahrradfahrer mit dem Hund oder die Fahrradfahrerin. Wie viel waren drin? Vier? Vier Stück. Vier Stück mit NEM fast 70 Gramm. Das ist jetzt nicht unbedingt so viel. Tja, werden wir mal sehen, ob die gut, besser, schlechter sind als die kleinen. Das sollen ja Schlechter worden sein. Dies Jahr haben sie alle erzählt. Naja, ich mach den ein oder? Ich mach nur noch ein den anderen nach. Achso, ich mach mal ein und zwei. Haben die auch den Glitterfeuertopf oder? Ja. Naja, Zieltor für F3. Ja. Schaffst die zwei zusammen? Versuch mal Knurr. Ja. Also, Freunde. Mach zu. Das war's.